so da haben wir es doch so und wir spielen jetzt eine runde jahrs revenge das ist vom gleichen macher der das game gemacht hat allerdings so ist das hier tatsächlich ein gutes atari game da hat es mich schon erwischt so wir müssen jetzt erst mal die den schutzschild hier weg machen müssen aufpassen dass uns dieses projektil nicht trifft und müssen gleichzeitig aufpassen dass wir hier bei diesem angriff nicht drauf gehen aber da wäre es fast passiert na können wir den angriff starten jawohl da haben wir es einmal geschafft so ich mache das jetzt drei runden lang da ist jetzt das schutzschild ein bisschen kräftiger aufpassen aufpassen der angriff verdammt da hat es mich erwischt so ich mache die runde mache ich noch zu ende da hat es mich erwischt so ein leben habe ich noch ok ich bin game over macht aber nichts kommen wir zum nächsten spiel ok